Neuer Sponsor bei Bits und so ist Search Talent. Und zwar ist das, wenn ihr in eurer Firma IT-Mitarbeiter sucht, ich kenne das irgendwoher, dieses Problem. Dieses Problem, es gibt nicht genug IT-Mitarbeiter, man kommt nicht an die dran, dann kommt man möglicherweise auf die Idee, einen Headhunter zu bestellen. Und das funktioniert ja oft so, dass dann der Vermittler, dieser Headhunter, einen Anteil von einem Jahresgehalt von diesem gefundenen Mitarbeiter bekommt. Meistens keinen kleinen. Genau, das kann also über 10.000 Euro sehr leicht gehen. Also in die Zehntausende von Euro, wenn du halt ein Viertel von einem Jahresgehalt direkt an den Headhunter bezahlst. Search Talent macht das ein bisschen anders. Das ist eine digitale Headhunting-Lösung, die euch das Recruiting ein bisschen erleichtern soll. Und zwar für jede Größe von Firma. Das geht von Kleinunternehmen, Startups, Mittelständler, Großunternehmen. Wenn ihr IT-Experten sucht, egal jetzt was für eine Sorte, Entwickler, Scrum Master oder App Developer, die haben die richtigen Lösungen für eure Personalsuche und die machen das halt ein bisschen anders als klassische Personalberater. Die machen nämlich eine automatisierte und digitalisierte Ansprache von Bewerbern mit Machine Learning und allen Passworts, die ihr haben möchtet. Ihr könnt, und ihr zahlt dort nicht für die Vermittlung, sondern ihr zahlt dort für die Suche. Die kann man buchen dort ab 2.900 Euro pro Monat. Das heißt, wenn ihr es schafft, über Search Talent innerhalb eines Monats einen Mitarbeiter zu finden, zahlt ihr die 2.900. Wenn ihr es schafft, 5 Mitarbeiter zu finden, auch, zahlt ihr nur einmal. Ihr zahlt nicht pro Mitarbeiter, sondern für die Suche und was da rausfällt. Da müsst ihr dann eben sehen, was dabei hängen bleibt. Das ist, sie sagen sowieso, ein Netflix-Abo für Recruiting. Wenn ihr das bezahlt, dann kommen Bewerber daher. Und dann müsst ihr eben sehen, ob die für euch was sind oder nicht. Ihr könnt also sehr viel Geld sparen mit der Suche nach neuen Mitarbeitern. Ihr könnt euch, das eröffnet auch die Möglichkeit für kleine Firmen, mal sich zu überlegen, ob sich Headhunting lohnt. Wenn ihr nicht gleich ein Vierteljahresgehalt oder sowas drauflegen könnt. Und ihr könnt, hier als Spezialangebot bei uns, könnt ihr bei Search Talent mal die Möglichkeit nutzen, diesen Service mit einer eintägigen Kündigungsfrist zu buchen. Das heißt, ihr könnt also den Service jederzeit abbestellen und ihr zahlt dann nur für die geleistete Zeit bis zur Kündigung und müsst kein großes Risiko eingehen. Ihr geht auf it.seargetalent.de slash Spitz und so, füllt dort das Formular aus und dann könnt ihr euch da mal beraten lassen, was es dort gibt, wenn ihr in eurer Firma mal Headhunting ausprobieren möchtet, wenn ihr IT-Mitarbeiter sucht und dort eben zu einem Festpreis eine Suche laufen haben möchtet. Bei uns tatsächlich so die letzten, glaube ich, zehn Leute kamen alle bei Headhunter rein. Also das funktioniert einfach. Siehst du mal, nimmst du hier mit? Ja. Kannst du mal ausprobieren. Also it.seargetalent.de slash Spitz und so. Herzlichen Dank für die Unterstützung, wenn ihr IT-Mitarbeiter in eurer Firma sucht. Gut. Gut.